Willkommen zurück bei der Soccer Lounge mit dem FCL-Spieler mit Simon Greter, der auf diesen Fragenbruch er kann sich kaum erwarten. Darum wollen wir loslegen. Verdiene ich zu wenig, genau richtig oder verdiene ich zu viel? Sorry, jetzt habe ich es nicht verstanden. Verdienest du zu viel, zu wenig oder genau richtig? Als Spieler musst du jetzt immer sagen zu wenig, oder? Genau richtig. Genau richtig. Ich frage jetzt nicht wieviel, das sagst du mir sowieso nicht. Etwas, das Sie nie wieder machen wollen? Freefall Tower, das habe ich einmal gemacht und wollte nie mehr machen. Genau? Ja, bin nicht so Fan von Achterbahnen. Also das ist so hoch und dann? Ja und nachher voll runter. Scheiße, oder? Ja, das war kein schönes Gefühl für mich. Einen Clubball-Leute auch nicht mehr. Nein. Ich sage niemals nicht. Haben Sie einen Lebenstraum? Ja, das hat jeder. Ich würde gerne mal im Ausland spielen. Und mit der Familie zusammen einfach geniessen und schönes Leben haben, schöne Zeit mit der ganzen Familie. Was wäre so deine Traumliga für her zu gehen? Oder ist es plötzlich keine Rolle? Ja, also attraktive Liga finde ich im Moment die MLS, also USA. Das würde mich schon mal reizen, eines Tages. So ein bisschen Florida, Sonne, Meer, Strand. Ja, zum Beispiel. Coole Lebensqualität. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Every Monday at 7 p.m. on SportalHD.com and we love football.